PEGI 18 Gebracht hat, ich habe auf jeden Fall gerade eben gesehen, dass wir irgendwie Neue Kleidung freigeschaltet bekommen haben Ob das durch den Patch kam Ich habe keine Ahnung Gehen wir ins Spiel, ähm, Spielladen So, jetzt ist die Frage Was ist denn das letzte, was wir Aufgenommen haben Takt 2 Ayane kommt auf jeden Fall Gut hin, so, ähm Gelöst, nö Gelöst, auch nicht Auch nicht, auch nicht Ja, dann kommt ja nur noch das in Frage Schwierigkeitsgrad hält Das kommt vielleicht auch hin Äh, wir haben ja auch einfach gespielt Ich weiß nicht, ob das hält war Okay, ähm 24.2 Kommt auch hin Ja, gut, wir haben heute den 27. Ist mal wieder eine Abhängigkeit her, so wie immer Und, ähm, wir gehen einfach mal ins Spiel So Einmal Ladebildschirm, bitte Kurze Zusammenfassung Was bisher geschah Während der West Rest von der Äh, der Welt von der Bedrohung Durch den Regenten der Maske Wie er startet ist Kündigt die französische Regierung Ihren Widerstand an Die Sicherheitsverkehrungen in Paris Wurden verstärkt Doch bisher weiß niemand Wer der Feind wirklich ist Eine junge Kunoichi Erhält eine Anfrage von CIA Und macht sich auf den Weg In die Stadt des Lichts Es kann sehr nützlich sein Wenn man bei jemandem Der Überinformation verfügt Einen Gefallen Gut hat Jetzt lad mal schneller, bitte Ich bin auch schon fertig mit Lesen Zwischen den Missionen dauert es immer Viel zu Kurz Und man kommt nicht Nicht durch mit Lesen Und jetzt Daut es eine halbe Ewigkeit Ah ja, gut Das sieht aus wie Laden fertig Wunderbar So Hier waren wir stehen geblieben Achso Das war Tiss Das wollten wir nicht Einmal kurz in die Steuerung Wieder reinkommen Ah gut Das war ein Messer Okay, alles klar So Mit Erg Sehen wir wo wir hin müssen Und zwar hier Klappen Komms Oh Hunde Die Ätzen Ey, ey, ey Achso Und dann hatten wir ja auch noch hier Irgendwie Sachen mit den Schultertasten Mein Gott Ich hab überhaupt keine Ahnung mehr Wie die ganzen Kombos funktioniert haben Wow Und Raketen fliegen auch schon auf uns zu Das find ich nicht so nett Ah, au Erstmal den Raketen schießen Den ich nicht kriege Kannst du mal aus deiner scheiß Deckung rauskommen Was? Verletzte Feinde werden durch Angst vor dem Tode Irgendwas Mit X kann ich die dann killen Au Ich wusste gar nicht, dass man Feinde zwischendurch auch mal verletzen kann Ich dachte, die gehen entweder nur in Event oder Tod Ja, schön Okay, das war's Äh Wo müssen wir lang? Achso, da unten Okay Äh Ah Okay Ich hab sie da Yo Steuerung ganz einfach Mit L zielen wir Und dann Können wir mit ZR War War Okay Ähm Ja Heute sind die ersten Videos aufgetaucht Vom Oder gestern Abend Irgendwas zwischen gestern Abend und heute auf jeden Fall Die ersten Videos aufgetaucht Vom Systemupdate für Wii U Ähm Sehr gut Die Ladezeiten sind erheblich kürzer Als es noch aktuell der Fall ist Das ist jetzt immer ein ganz großes Manko an der Wii U war So, sterbt Nein Fuck Muss ich die jetzt nochmal alle töten oder hatten wir die schon getöteten? Ich bin jetzt einfach mal fest der Aufnahme, äh Der Annahme, dass wir jetzt nicht zurückgefallen sind Und stirbt So Schön Metzeln Und unsere Schwerter glühen rot Hier müssen wir lang Ne, hier waren wir noch nicht Am Du lebst noch? Jetzt nicht mehr So Ähm Ich bin gespannt wann es kommt Es ist für April angekündigt Und ich kann es eigentlich kaum erwarten Ich meine Ich habe da nicht so ein Problem mit Mit diesem riesen Ladezeit Aber Schön ist anders Ja Gut sozusagen Na es war erstmal eiskalt die falsche Richtung Gut Da hin Ach, wieder hier hoch Ja doch Dann haben wir Ein paar Gegner glaube Ne, haben wir nicht Okay Wir sind aber woanders hin zurückgefallen Also in ein Gebiet Ähm Wo wir gar nicht hin müssten In der Theorie So Ähm Da sind wir nämlich Langgelaufen Und ich hoffe, dass wir hier nicht gleich irgendwie vom Geländer runterfallen Ah So So Und da hinten Stirb Roms Ui 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 Frame Drops ohne Ende Da hat das Spiel gerade extrem geruckelt Stirb Aber gut Das ist halt auch gerade Äh Sehr viel Was hier angezeigt wird Ich gehe davon aus Dass es auf der PS3 oder Welchen sonstigen Konsolen halt auch immer Wahrscheinlich auch nicht Äh Besser lief Falls ihr es gespielt habt Auf PS360 Könnt ihr es ja mal sagen Ob so eine Stelle dann Auch ein bisschen angefangen hat Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren So Jetzt kriegen wir hier auf die Fresse Das soll eigentlich nicht sein Erstmal schön weg Ah So So Der Ihr könnt doch nix So Und Oh Warum hat das nicht geklappt Kopf ab Perfekt Wie viele Gegner sind das eigentlich noch So Ihr kriegt auch auf die Fresse Wir sind bei 29 Treffern Mit 16 Für Spiel So Das hat wieder Besendet Warum auch immer Diese Resetregel Verstehe ich nicht so ganz Wenn man mal Irgendwie In Block schlägt Oder so Kann es trotzdem weiterlaufen Und manchmal Gibt es das halt nicht Ui Falsche Taste Verdammt Ich vertausche immer ZL und Z und L Ähm So Bam So muss das aussehen Ja genau so Jetzt kann aber langsam mal gut sein Hier Mann Leute Ich muss den Kampf auch noch irgendwie schaffen So viel Leben haben wir nicht mehr Okay Ich habe mich noch so gut So Kommt Ja also Wie gesagt Dieses Video Wo man dann Die neuen Ladezeiten Mehr oder weniger gesehen hat Das ist halt Eigentlich nur Einmal kurz Aus Mario Super Mario Brazil Raus Und dann Ja wieder zurück ins Systemmenü Und das geht halt einfach Dreimal so schnell wie vorher Ähm Und Ja da bin ich mal sehr gespannt Okay Ich habe es geschafft Das ist es Gut Glück Ob das dann halt In der Realität auch so schnell ist Und vor allen Dingen Ob die Spiele dann auch schneller laden Weil Lego City Undercover Was morgen rauskommt Das soll ja Extreme Ladezeiten haben Außerhalb von Kämpfen Können sie noch Ninja Fertigkeiten erlernen Ja ich weiß So ein paar haben wir doch schon So hier Nachtfalter Gut Ja ich glaube ich Nee Nee das ist Kleidung Ähm Bla Was ist das Wütender Berggott Karma Ja Dafür hätten wir genug Was ist das Fumakodachi Auch Karma Ich glaube wir haben das ausgewählt Ein mächtiger Ninpo Das Feinde mit einer Druckwelle Zwar mit höherer Stufe Kann ein verheerender Druckwelle Beschworen werden Zaubern sie Ninpo mit X und A Machen wir doch einfach mal Ja So Wow Das sieht mächtig aus Ich will doch erst die Raketentypen Kaputt machen So Nummer eins Nummer zwei Wieso Habt ihr mich jetzt im Stunlock hier Find ich doof Wir sind gleich tot Okay also unsere Schwerter Grün Nee jetzt nicht mehr War mal eben Ah Falsche Taste Ah im Kampf drücken ist doof Dann werfe ich nur so Dinger Und Krieg gar nichts So Jetzt musst du dran glauben Ah Kopf ab So Und du Und du sowieso Ach man Jawoll Das sah gut aus Ich glaub Der hat irgendwie so seinen halben Körper verloren Ja Viele Ja Natürlich Ich bin immer vorsichtig Trotzdem hab ich keine Energie mehr Komm Ich will doch nur meinen Nympho voll haben Oder Was auch immer Wie auch immer das heißt Diese zweite Leiste da Jawoll Wir können zaubern Roms Wenn sie Feinde mit Nympho treffen Dann werden sie geheilt Ja finde ich gut Wir haben wieder volle Energie Super Platsch So Du auch Und Das war's immer noch nicht Aber wir haben blutiger Zorn Auf mal 1,2 So Oh ja Sie war ganz böse Der Bosskampf gefällt mir jetzt schon nicht Nein 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 Überhaupt nicht Ey Alter Ich kann gar nichts machen Die nehmen mich voll auseinander Äh Äh Ähm Treff ich die überhaupt Ja So ein bisschen Ei Aber ich würde die gerne ein bisschen mehr treffen Aber ich würde die gerne ein bisschen mehr treffen Ich muss glaube ich schneller auf die Tasten hauen oder so Also unten sind drei Lebensleistungen Das heißt wir müssen alle drei kaputt machen Die haben nicht eine geteilte Lebensleistung oder so Wenn wenigstens einer von denen schon mal kaputt wäre Wäre das glaube ich sehr hilfreich Naja Ayane ist ja sehr stabil Komm Der eine ist gleich Sie rüber Aber da greife ich glaube ich gerade den Fallschirm Das war gut Jetzt sind zwei fast die Lüber So Der erste hat es hinter sich Aber dass der eine da die ganze Zeit in Ruhe zaubert Das Nervt mich so ein bisschen So Jetzt noch du Ähm Da stand ja gerade Kamera ändern Ich habe da drauf gedrückt Aber ich glaube es ist einfach nichts passiert Naja Von mir aus Ah doch So minimal Dräht sich die Kamera um Aber dafür muss ich glaube ich gedrückt Zweifel So Da Was hältst du davon Dich einfach mal angreifen zu lassen So Der Move ist cool Bam Komm Lass dich auseinander nehmen Jetzt stirb doch Danke Danke und